Jetzt begeg ich auch mal in der Aufnahme, warte, ich bin hinter dir, ich bin hinter dir. Oh? Ja, wo gehen wir hin, wo wollen wir hin? Lass da hin. Lass erstmal Attacke machen. Ne, lass hier lang, lass hier lang, lass hier lang, lass hier lang. Da hinten läuft schon einer. Ja, ich weiß. Los, 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 los. Yolo. Die rennen aber irgendwie ja gerade noch alle vor uns weg. Also, um das nochmal zu erklären, wenn wir gerade so dabei sind, oder rennen wir erstmal? Ja. Ich würde auch erstmal ein bisschen hier Holz mitnehmen. Ah, ich komm nicht. Das sind Zombies, das sind Zombies, das sind Zombies, das sind Zombies. Sind direkt bei uns? Ja, fast. Okay, weg, 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 komm, komm. Warte, 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 warte. Oh, jetzt bist du mit euch gerannt. Komm, 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 weg hier. Okay, sind hier, ja, scheiße, hier sind Kühe, warte. Und ein Creeper, okay, warte. Gib mir mal irgendwie Deckung. Nein. Oh, scheiße, Mann. Lass mal hier, lass... Gar nicht nach welcher überstanden. Lass mal hier reingehen. Tu das, viel Spaß. Ich stelle mich hinter dich, ich gucke. Okay, hier komm ich nicht weit, hä? Gib mir irgendwie Deckung. Spinnen gehört, klar. Hä? Ich hab ne Spinnen gehört. Geh weg. Äh. Komm rein, oder geh... Nein. Du bist ein Arsch. Ich bin kein Arsch. Hey, du bist wie... Ich bin auch so gebetet von der Spinnen weg. Hey, du bist wie verarscht, Mann. Oh, wie geil. Vor allen Dingen, du baust bei dir auch alles dichter, ey. Der kann doch rein. Ich hätte ja... Du... Ich renge jetzt dort hinten hin, ey. Aber wie? Eine Spinnen und zwei Zombies hinter dir her. Ja, fuck. Weh, die kommen jetzt auf mich. Mann. Jan, Jan, wo bist du? Warte, ich kommst zu dir wie jetzt zurück. Seh dich, seh dich. Wo gehen wir hin? Warte, ich will mir ganz kurz ein Schwerkraft. Bevor ich eskaliere. Du das. Das wäre vielleicht ne super Idee. Also, ich hab aber nur einmal einen Baum. Ja, ja, mach hin da hier. Ich töte mal hier die... Ach, scheiße, ey. Ich brauch schon essen. Ah, nein. Ich auch. Okay, ich töte mal hier. Blöd. Ich geh mal schon hier so ein bisschen Chicken umbringen, ne? Kürbisse gefunden. Oh Gott, ich bin so aufgeregt. Also, willst du jetzt mal erklären, wie das jetzt hier alles funktioniert oder nicht? Ja, das ist eigentlich im Grunde genommen überleben und dann andere Spieler töten. Und dann soll man halt... Achso, was wir jetzt schon vergessen haben... Hilfe, Hilfe, Hilfe. Wir hätten reinschreiben müssen, dass wir aufnehmen, aber das wissen alle. Ja, aber komm, das wissen die jetzt alle, dass wir alle aufnehmen. Und ich kann nicht sprinten. Und ich hab Angst, dass hier gleich wir kommen. Oh, der ist jetzt schon mal tot. Ne, der ist nicht tot, der ist... Achso, doch. Ha, blöd, ne? So, ich ess mal was ganz kurz, damit ich hier schon mal sprinten kann. So, und ich würd' gleich sagen, dass wir uns runterbuddeln. Wenn wir noch ein bisschen Holz mitnehmen. Ja, warte, nö, ich würd' sagen, wir suchen uns irgendwie einen kleinen Berg, wo das... Aber, ähm, ich würde noch ein bisschen Zuckerrohr eventuell suchen. Ja, da unten ist so ein Dings da, weißt du, so ein Flüsschen. Vielleicht findest du da was. Ja, warte. Ja, was ich jetzt mal... Das ist bekloppt, ich weiß, aber, ne, ich hab keine Kohle, deswegen... Was machst du? Ich ess das rohe Fleisch, damit ich schnell regenerieren kann. So, komm, ähm... Wo wollen wir hin? Blöd, blöd. Aber du kannst auch zum... Du kannst auch praktisch dein Schwert feuern. Ja. Das weißt du, ne? Ja, kann man machen. Okay, ich hol' noch mal ein bisschen Holz. Okay, der erste hat schon mal einen Kill. Hier, Zuckerrohr. Sehr gut. Zuckerrohr. Sag ich doch. Gibt's ja noch irgendwo Kühe? Ich seh ja keine Kühe mehr. Auf der Insel. Ist doch mal doof. Ach, Mann. Wo bist du... Wo bist du mir gleich mal? Ja, wo bist du? Ich bin auf diese Insel gerannt. Warte. Und der war für uns halt ein Skelett, deshalb. Ach so. Ja, ich nehm noch mal ein bisschen Holz mit. Ist ne gute Idee, würde ich mal sagen, ne? Machen wir noch ein bisschen Holz. Nicht zu wenig. Und dann verpieseln wir uns gleich mal. Mhm. Warum verlassen jetzt schon alles Game? Ach so. Siehste? Hast du Timer gestartet? Ja. Ja? Das ist schön. Da lässt du jetzt mal... Machst du Timer. Ja, also 10 Minuten haben wir noch. 10 Minuten? Hm. Ja, ich hab hier ein bisschen... Also sind wir immer um 15 Minuten. Ja, ich hab aber bloß ein bisschen später angefangen, weißt du? Ja, ist ja jetzt nicht so wild. Deswegen hast du vielleicht 2-3 Minuten mehr, aber... Ja. Das war's doch jetzt, ne? So. Jetzt nimmst du auch noch mal ein bisschen Holz mit. Ja. Gut. Und dann würde ich mal sagen, dass wir uns verschanzen gehen. Mhm. Also erstmal in der Höhle. Weil Lehm hab ich jetzt fast voll. Aber wir könnten auch noch mal ein paar Tiere töten kurz. Tu das. Ja. Noch ein bisschen Holz mitnehmen hier. Ich bräuchte ein paar Kühe, wenn du... Was jetzt... Was jetzt scheiße wäre, wenn wir jetzt getötet wären. Was? Ah, da hinten sind Schweine. Was wäre scheiße? Wenn wir jetzt getötet wären. Ah, sie... Hä? Ja. Das sind doch keine Schweine. Das sind Blumen. Ich hab einen Apfel gefunden. Hm. Weil wir müssen jetzt uns wirklich langsam mal verstecken gehen. Ja, komm. Sieht uns ja eh keiner. Ja, das denkst du. Die gehen doch jetzt schon alle raus. Ja. Das siehst du auch so viel, das war ein bisschen, ne? Aufnehmen könnten. Ja. Wo bist denn du hingerannt? Ich weiß nicht, wo bist du? Ich bin jetzt hier außerhalb des Waldes auf der gleichen Seite. Ach, da drüben bist du. Ja, ich seh dich. Siehst du mich? Ähm, ja. Gut. Okay, wir rennen da mal... Weiß ich nicht. Warte, wo? Lass da hinten hinrennen. Okay. Würde ich mal so sagen. Die Musik macht mich gerade irgendwie so ein bisschen aggressiv, wie bei mir im Hintergrund läuft. Ich hab gar keine Musik an. Du kannst dich ja später einführen. Ja. Aber das macht mich gerade irgendwie so ein bisschen dezent aggressiv. Warte. Okay. Wir mit unseren Holzschwertern. Ja. Mit Holzschwertern gegen die Menschheit. Ja. Minecraft-Menschheit. So, erstmal hier noch ein bisschen... Ja, das bringt nichts, wenn man die tötet, die... Wir brauchen auch was zu essen. Ja, aber... Das ist effektiv. Ja, komm, musst du dann eben... Ja, komm, töten wir die auch. Also, wir können jetzt nur eine Folge aufnehmen. Ja? Ja, meine Mom hat mir gerade ein SMS geschrieben, dass es Essen gibt. Ich hab sie nur freundlicherweise gebeten, dass sie mich nicht stören soll und mein Vater auch nicht. Deshalb schreibt sie mir eine SMS diesmal. Wie, das Hühnchen weggedienst ist. So, ich brauch aber trotzdem noch Kühe. Ich brauch Leder. Ja, ich brauch auch Kühe. Deswegen rennen wir ja auch weiter weg. Bloß, mir werden hier gar keine Tiere angezeigt. Keine Ahnung, warum. Das ist blöd, ne? Du wirst mir zwar angezeigt. Na, ah, hier, Schweine, das reicht doch auch schon mal. Schweinefleisch hab ich auch noch drei Stück. Ja, wenn wir das braten, dann ist alles top. Dann können wir länger in der Höhle bleiben. So, siehste. Die erste Folge werden wir doch garantiert überleben. Ja, die erste Folge, ja, aber... Naja. Muss man positiv denken. Ist es eigentlich so, wer tot ist, ähm... Darf dann nicht mehr, oder...? Das weiß ich jetzt nicht. Ich glaub, ähm... Ah, hier ist die Kuh. Ne, doch nicht. Ja, Schwein. Ähm, nein. Es geht ja um Kills. Du musst ja Leute töten. Ja. So. Und wie lange geht das dann? Das wurde mir nicht gesagt, deshalb... Ja, mir wurde... Ich hab dann irgendwie keinen Bock mehr gehabt, den Chatverlauf zu lesen. Guck, da ist... Oh, ist was. Nix, ich dachte mir in der Höhle, aber das ist... Äh... Oh, die Musik ist jetzt entspannt. So, ähm... Oh, da hinten ist Zucker... Ach, die schmeißt das Schwert weg. Das ist dämlich. Ah, da sind Kühe. Eine Kuh. Sie macht muh. Zwei Kuh, ich seh zwei Kuh. Ja. Zwei Kuh. Wie ist sie? Ey, das leckt der selber nicht. Nö. Zum Glück... Wo ist sie jetzt hin? Weiß ich nicht. Spider-Man. Ja, Spider-Kuh. Cow. Spider-Kow. Wo bist du jetzt hin? Ich bin nach Orem, wo die Kuh ist. Ich hab sie. Glückwunsch. Ich glaub, ich hab ne Höhle und Zuckerrohr übrigens, ne? Ja. Ja, ich hab ne Höhle. Okay, wollen wir hier wirklich... Boah. Hier ist schon Lava. Ja, okay, dann warte. Dann lass halt erstmal so ein bisschen noch hier draußen abbauen. Ja, warte, ich hab hier Holz. Wie viel? Ja, 60. Workbench erstmal erstellen. Ich will mir nur mal ganz kurz, ne? Ein paar Steinsachen hier machen. Ja, tu das. Stimmt, du kannst ja immer... Also, ab wann darf man jetzt eigentlich immer joinen abends? Keine Ahnung. Ich hab mir das wirklich nicht durchgelesen. Auch so faul gewesen. Ja. Also, ich mach, ne? Hier erstmal Spitzhacke und Steinschwert für uns beide. Das sollte dann erstmal reichen, würde ich sagen. Oder? Ja, ich wäre für Spitzhacke, ja. Doch, Spitzhacke und Steinschwert ist gut. Ja. Cool. So. Eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh, eine Kuh. Wo seid ihr, Alter? Das ist dämlich. Ja. Achso, hier, komm mal wieder zu mir, ne? Warte, ich hab doch hier grad noch eine Kuh gehabt, aber die hat keine Leder getroffen. Aber sie hat Mut gemacht. Ja. Okay. Aber ich würde nicht in eine Hülle gehen. Glaubst du mir, das fällt auf? Hm. Also, ich weiß nicht, aber wir können ja wenigstens kommen. Kannst du mal bitte hier so schnell mir eine Steinspitzhacke oder so herbringen? Oder die Kohle abbauen? Ja, ich komm zu dir. Warte mal. Das wäre toll. Wenn du da bleibst, warte, wo bist du? Ja, ich bleib hier. Ja, da bist du, ja. Ja. Genau da. Genau, du kannst auch einfach hier durchrennen irgendwie. Ja. Bloß, dass du mir nicht angezeigt wurdest. Ja, kannst du mal schnell die Kohle da unten abbauen? Ja, ich hab noch eine Kohle gefunden. Ja. So. Hm. Okay. Dann kann ich ja schon mal hier ganz kurz, ne? Einen Ofen hinstellen. Tut das, ich komm dann da wieder zurück. Das ist voll auffällig hier. Wirst du bitte mal in der Konfi nachschauen. Weil eben Kits... Hm. Wird gleich schon wieder Nacht, oder was? Ja, anscheinend schon. Krass. Okay, dann mach ich mir nochmal ne Axt und hol noch ein bisschen Holz ran, ne? Ja, scheiße, mein Gott. Du kommst zu mir. Ein Schwert ist kaputt. Ja, ich hab ein Schwert für dich. Das ist schön. Das, du musst immer zu mir kommen, ne? Ja, ja, ich komm schon. Hm. So. So. So, du, 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 du. Äh, wo, wo bist du jetzt hin? Warte. Ja, da, wo du auch warst, ne? Siehst du mich schon? Warte, ne. So, dann hab ich mich, glaub ich, verlaufen. Das ist nicht so gut. Doch, ich seh deinen Namen, ich seh deinen Namen. Bleib da. Ja, für mich wird's ja aber langsam kritisch, ne? Wegen Zombies. Ja, ich komm jetzt schon runter. Ja, von, ja, von da kommst du. Okay. Hm, wie viele Minuten noch? Weiß ich nicht. Eine Minute 50, okay. Das ging rein. Ja. Da. Ähm. Ähm. Soll ich schon mal die Workbench wieder, Workbench abbauen? Ich kann dir schon, äh, Schwert geben und hier. So, und hier hast du schon mal hier gebratenes Essen. Ähm, so. Holz haben wir reichlich. Danke. So, dann würde ich das jetzt hier mal ganz kurz abbauen und dann, ne? Ja, dann können wir weitermachen irgendwie. Wie? Wenn wir eine Minute haben, na gut, dann können wir eigentlich erst mal auf einer, oh Gott, stoppen, ne? Ja. Gut. Dann sag ich mal tschüss zu euch allen. So, bis zur nächsten Folge, wenn ihr den Kanal von ihm oder von mir noch nicht abonniert habt, äh, dann... Tut das. Könnt ihr das gern tun, wenn ihr kein Video mehr verpassen wollt. Und auch, wenn ihr keine Folge von Creepfight mehr verpassen wollt. Und, äh, like, wenn es euch gefallen hat und Kommentar, nicht? Ja. Ja. Dann tschüss. 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 Untertitelung des ZDF, 2020